Hey Leute und Willkommens zu einer weiteren Folge MeinWall, mit dabei ist wieder der Jan und der Nick. Hi. Ja. Okay. Ich bin ja gestorben, das hab ich aber nicht hochgeladen, egal. Auf jeden Fall klick ich jetzt auf Wiederbeleben. Und es leckt. Okay, jetzt geht's. Und dann... Sind meine Sachen schon eingesammelt worden, oder? Ich hab die im ME-System gepackt. Weil ich hab keine Rüstung mehr. Ja, ich hab die im ME-System gepackt, Alter. Hab der Grab abgebaut. Da hat irgendwer meine Rüstung genommen. Ja? Ja, ich hab die, weil ich muss kurz hier an diesem Creeper. Okay. Hast du ihn? Scheiße, nein. Helfen, 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 helfen. Ja, ich hab kein Schwert und kein Nichts. Ja, Jan, aber... Oha, scheiße, ich bin da auch. Ich werde da. Dann bin ich da auch. Mein MeinKopf, scheiße. Renn doch weg. Kann ich nicht. Ich bin hier unten in der Höhle gefangen. Gib mir einfach... Werf mir einfach Blöcke runter. Wenn du rausgehst, hinten, bei unserer Farm. Ja, warte, sonst sterbe ich hinterher auch. Dann mach ich mir lieber nochmal Rüstung. Bringt ja sonst nichts. Nein, warte, ich hab schon. Raus mit mir. Okay. Ich werde direkt am Anfang sterben hier, Leute. Ja, dann... Komm mal wieder. Okay. Oh, es wird dunkel, wenn wir uns schlafen gehen. Ja. Komm, komm, wir erst schlafen gehen. Okay. Und warum kannst du dich auf dem Server? Mein MeinKopf, schade gerade. Achso. Okay. Rose kaputt, ach so, ne. Okay. Das ist alles schon sehr hart gedamaged, aber... Hat dafür zwei Tone überstanden. Cool. Okay. Okay. Dann... Pass auf, draußen sind Monster, glaube ich. Okay. Habt ihr schon... Immer Monster. Habt ihr schon hier... Ähm... Wie heißt es noch gleich? Hä? Ähm... Kaktusgrün heißt es, ne? Genau. Kaktusgrün 1 haben wir erst, okay. Kaktus... Ja, wir brauchen definitiv Kaktusgrün. Woher habt ihr denn das eine Kaktusgrün bekommen? Durch Kaktus. Ja, aber wie? Kaktus... Äh, ein Kaktus in den Ofen, aber... Den Kaktus, der daraus besteht, nicht abbauen. Lass ihn erst mal wachsen. Okay. Bin beide einmal gewachsen. Oh Gott. Lass ihn erst mal wachsen. Lass ihn erst mal wachsen. Lass ihn erst mal wachsen. Weil... Man kriegt das ja auch so irgendwie durch dieses Gras da, aber ich finde einfach keinen... nicht das Gras. Hm. Ich werde wieder sterben. Ich werde wieder sterben. Ja? Oh mein Gott. Ich werde wieder sterben. Das war so ein OP-Zombie. Ach, du musst mich bitte helfen? Ne, ich werde brennen. Ich werde brennen. Ich werde sterben. Oh, ich habe überlebt mit zwei Herzen. Moin. Ja, ist das ein OP-Zombie? Ja, das war dieser OP-Zombie. Ja, das Skelett hat ein Feuerfall. Ja, dann war das dieser Feuerfall, aber du bist damit One-Hit. Ich hole mir jetzt erst mal Essen. Hab's geschafft. Habt ihr noch Essen? Weil hier ist kein Essen mehr. MLC-System. Ah, okay. MLC-System. Ja, hier sind nur noch fünf. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Im Ofen gibt's auch noch was. Ja, ich habe sechs Kartoffeln in meine gebrannte Kartoffeln eingetan. Ja, passt schon. Ja, ich kann ja auch Karotten geben. Okay. Ah, da ist genug. Okay. So. Dann fahre ich das nochmal da rein. Okay. Passt. Das war mega knapp gerade einfach. Ich wäre fast wieder gestorben. An dem gleichen Scheiß. Oh, sorry. Robin. Was kann man aus Robin nochmal machen? Daraus kann man ein Schwerthorn zu machen, ne? Wollen wir das mal machen? Äh. Die sind eigentlich OP. Ja. Die machen mehr als dir Schwert, glaube ich. Oder genauso viel zu. Ja, so 8,5, glaube ich. Ja. Warte, dann mache ich jetzt gleich mal Schwerthorn. Da haben wir noch Holz. Cool. Warte, wo ist hier das Kaktus-Paste? Holz. Hier haben wir noch genug. Wenn wir Glück haben, dann können wir jetzt schon. Was? Die Waffenbox machen. Okay. Weil guck mal hier in diesen Ofen rein. Guck mal hier in den Ofen rein. Guck mal hier in den Ofen rein. Ja, wir haben Glück. Wieso? Was aus der Kaktus-Paste wird. Da wird Kaktus-Green raus. Okay, das ist nice. Okay, das ist nice. Aber wir brauchen, wir brauchen 6 dafür, ne? Ne, 3. Ich habe jetzt schon die Horde angehört für den Box. Ja, aber da oben stand einmal oben rechts, äh, oben 3 und... Achso, okay, stimmt. Nein, das war Eisen. Egal. Okay. Steht jetzt einfach daneben, ne? So, okay, dann mache ich schon mal Schwerthaar aus Rubin. Das wäre ja nicht OP. Für uns drei, ne? Hier, ähm, kannst du auch essen. Das hier. Für so... Okay, warte. Was ist das für ein Ding? So. Wenn wir Rottenfleisch hier aufhängen, dann... getrocknet, dann kriegst du keinen, ähm... Hunger. Also Hunger-Dings. Jetzt wird's auch unbedingt jetzt der Kaktus draußen. Die Weapons-Box haben wir schon mal. Was ist das? Was braucht man dafür eigentlich? Glas auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Glas. Was? Dann lasst uns mal gucken. Ähm, außer vier am besten eine Schaufel. Ja, okay, Holz. Oh, bin ich dumm? Ich kann grad gar nichts. So. 20 Eisen, fünf. So. Und dann ein Saphir. Saphir Schauf. Okay. Dann farm ich mal ein bisschen Sand. Und ein bisschen, äh... Und ein bisschen, äh... Äh... Äh, Clay. Ja, und Clay auch. Daraus kommt dann, wenn ich dieses... Dings machen. Dieses Sand and, äh... Clay-Mixture. Und daraus kommt dann irgendwie, glaub ich, Pfizer-Glass. Oh, warte mal. Ich will mir das scharfe erstmal. Okay. Äh, schlau. Ja, mach einfach aus Saphir. Die hält dann ganz gut. Okay, nice. Warte kurz hier. Ja, bin gleich da. Wieviel kostet denn die... P90 eigentlich? Okay. Würde mich nur mal interessieren. Okay. Ja, mal gucken, wo Sand ist. Meistens hier im... Unterwasser oder in der Wüste. Ähm, warte mal, ähm... Fürsinn. Was ist? Warte. Du kannst hier, ähm... Auf dem Boden, wo wir grad drauf laufen, das Queck Sand, ne? Du musst einfach in den Wassereimer und... Ja, aber das... Das ist ja voll viel, äh... Das ist ja voll viel Arbeit, oder? Haben wir denn Wasser genug? Na klar. Du kannst ja auch in der endlichen Wasser Quelle... Ja, okay. Wenn wir die machen, dann lass die Farben einfach. Hm. Wir könnt ja nach Sand suchen. Aber wir brauchen nur noch Clay und das ist halt auch in der Nähe von Sand. Also unter Wasser. Okay, ein Stack Farm reicht erstmal. Okay, ich hab ein Stack. Oh. Höhöhöh. Ups. Okay, ich geh dann schon mal los. Wann wird's eigentlich, äh, Nacht? Wann wird's eigentlich, äh... Wann ist ja bald. Okay, ich hab nur grad ein paar Creeper geschlagen. Okay, dann können wir ja mal gucken, haben wir schon eine unendliche Wasser Quelle? Ja, richtig. Sozusagen schon, ja. Weiterfahren. Okay. Ja, stimmt. Ähm, dann machen... Mach ich jetzt einfach mal so ein paar Eimer, so zwei, drei, damit das nicht so lang dauert. Dann... Mach ich das schon mal fertig. Ach, bin ich dumm. Äh... Nee, andersherum. Hier unten im Keller baue ich unsere Farben. Ach. Also, dass wir uns hier runterbrüben. Okay. So geht's. Ich hab grad nur überlegt, wie ich einen Eimer baue, aber ich weiß schon. Okay. So. Aha. Ich kann nicht aufs ME-System zugreifen. Leck ich? Nee, okay. Geht wieder. Okay, dann mach ich jetzt erstmal Sand. Das dauert ein bisschen. Aber geht ja klar. So. Warte mal ne Sekunde. Okay, da bin ich wieder. Sorry für den Cut. Ja, es geht weiter. Ich mach jetzt einfach mal hier Sand. Ist dort extrem lange, aber okay. Kannst ja auch machen, wenn du willst, schon aus deinem. Kann er auch, ja. Okay. Okay. Dann geh lieber in die andere Quelle oder ich, weil sonst, wenn wir sie schnell rausnehmen, geht die weg. Also, wenn man ganz schnell hintereinander was da rausnimmt, dann geht die halt kaputt. Kann es passieren. Ich hab schon 5 Sand. Ich 6. Ist das jetzt Wettkampf oder was? Nee, ich bin nicht so schnell im Kurven. Das dauert einfach nur lange, aber okay. Ich hab jetzt den Sand schon. Wie macht man eigentlich Fiberglass außerhalb aus Sand und Clay? Wie macht man das sonst noch? Ähm. Oh Gott. Ich such mal, weil das brauchen wir auch für die Waffen. Fiberglass. Lehm und Sandmischung, ja. Wir brauchen unbedingt Clay. Und unbedingt. Ey, warum fackt mein Inventar? Lol. Egal. Wie viel Sand hast du schon? Und? Boah. 14. Und 5 brennt gerade. Okay. Ich hab 18. Ach, ich weiß, warum das Dinkel buggt. Okay. Warum buggt das denn? Weil ich grad was aus der Seen eingegeben hab in diesem Too Many Items Ding. Okay. Ja. Also dann wurde das Inventar so grau. Keine Ahnung warum. Halt aber eine Doppelfleck. Oh scheiß, scheiß, scheiß ein Zombie. Hab ich mich... Ich werd daran... Verrecken. Ich hab keine Rüstung mehr, helft mir geht's zur Farm. Oh, ich hab... Ich hab überlebt. Komm hin, komm hin, komm hin, komm hin. Ich hab überlebt. Ich hab überlebt, aber es kommt immer mehr. Komm schnell ins Haus. Dann geh rein. Ich dachte ich hab grad keine Rüstung mehr, weil die ist fast kaputt gegangen. Ich muss unbedingt neue Rüstung machen, dann verschwimmen wir ein bisschen Iron, aber wir haben ja genug. Okay. Ich mach jetzt unbedingt erstmal ne bessere äh, neue Rüstung. Ist schon so kaputt. wir haben noch 26 eisen wir haben sogar noch ein ganzes deck dort also wir müssen auch mal bald ein verzauberungstisch machen also obsidian dann fahrm ich wieder sand oder machen wir wieder sand die baret brauchen wir dafür brauchen wir dafür nicht fiberglass ich will mir auch mal eine machen aber die frage ist was ist halt nur snipe und was nicht ich könnte mir ich könnte mir auch diese mp5 holen aber ich glaube die scrap oder mp5 einfach nur so eine komplett billige dass ich wenigstens schon mal eine waffe habe ich schon mal fernkampf auf fernkampf gehen kann falls zum beispiel so ein op kommt dass ich dann einfach abschließen kann zur not da sind op dinger glaube ich pass auf wenn ich einmal anfangen das ist ja ich halte abstand aber ich brauch sein spatzpulver Ach, nichts Oh scheiß, ich hab die Wasserquelle irgendwie Schrott gemacht Als ob Lol Ah, jetzt ist sie wieder richtig, okay, schon gut Ach, schon Ja, 26 Sand reichen erstmal, das ist sonst mega langweilig, die Arbeit Okay 26 Sand habe ich jetzt Also insgesamt haben wir auf die Zeit geachtet Wir haben ja eben geschrieben, also Nee, ich hab nicht drauf geachtet Guck mal, wann du geschrieben hast Also das geht die Folge auch schon mega lang Okay Warte, dann stell ich mich da rein, damit ich sicher bin 12 Uhr 58 12 Uhr 58, okay, dann nehmen wir jetzt schon etwas viel auf Ja, dann beende ich schon mal diesen Part Ja, haut rein, Leute, bis zum nächsten Part und ciao Und dann